Was wollte ich mir jetzt gleich mal machen? Man sollte auch Tränke zusammenbrauen können. Ich mach jetzt Schadenstrank einfach mal. Also so werfbarer Schadenstrank, der auch Gift gleichzeitig austeilt. Ja, kann man aber nicht kombinieren. Ja, das find ich so doof. Ach, jetzt könnt ihr auch so testen, ob das funktioniert. Ob die Two Maniacums cheaten könnten, könnte ich jetzt testen. Nee, testest du nicht. Nee, testest du nicht. Pflanzen. Ich überleg nicht, ob ich eine Obsidian-Truhe nach unten verlege irgendwann mal. Ja, du hast hier oben nur zwei. Ja, in der Kiste, in der Obsidian-Truhe hab ich glaube ich... Nee, hab ich keine andere, aber trotzdem. Spender hab ich hier. Oh, ist das Realm-Stuff-Zeug. Aber hier. Bullshit-Kiste. Ausrüstung. So. Ich muss seit vorhin Kisten sortieren, weil die mich halt die ganze Zeit genervt haben. Man will auch nichts machen, während die zugucken, das ist das Problem. Ja, ja. Trank der Nachtsicht. Ach, genau. Ah, ja toll. Ich mach jetzt noch die Hühneranlage kurz neu. Okay. Okay. Nee, mach jetzt endlich mal die scheiß Nachtsicht, die Unziehbarkeitstränke. Ah, sind die, die Nachtsichtränke sind die schon drin, ne? Ja, die sind schon längst fertig. Jetzt brauchen wir die anderen Pilze, oder? Äh, ja, ich hab die reingemacht, die, die, die fermentierten Spinne. So, dann würde ich sagen... Ah, gut. Dann machen wir das Hühner-Dings aber mal hier hin. Ähm. Dann würde ich sagen, baue ich mir jetzt so... Ich hab ja gesagt, ich will mir sowas wie einen Stollen hinbasteln. Wenn du nichts dagegen hast, so ein kleines Stollengebilde, so ein ganz kleines, minimal-Dings. Mhm. Das aber oben zum Haus bündeln, wo dann sozusagen mein Häuschen ist. Ah, ich mach übrigens das, das, das neue, das, das neue Dings da, äh, einfacher, ne? Äh, also den... Mit, mit weniger Redstones, weiß ich. Mhm. Ich hab keinen Bock mich anzukacken, um da irgendwas... Ähm, wie wär's, wenn wir eigentlich hier so einfach mit einem normalen Standardpisten das Wasser abdecken? So, deine Falle kann halt die auch deaktivieren, oder? Äh, das Blöde ist, für die Falle brauch ich, ähm... Für die Falle brauch ich, äh, Dings, ähm... Sticky-Pisten. Und die kann man nicht deaktivieren. Das heißt, wir müssen halt immer einer oben sein. Mhm. Ja. Der halt immer ein Loch reinschlägt, oder was? Der halt immer dann irgendwie Wasser runterlaufen lässt, oder so. Aha. Naja, weil ich hätt's dann so gemacht, dass uns dann... Naja, das ist halt übertrieben. Man müsste halt sozusagen diese Falle nicht machen. Wenn alle beide oben sind, macht man einfach mit dem Pisten da was hinter, dass sozusagen das Wasser weg ist. Äh, jaja, klar, ebenso. Da kann man A nicht runterfallen und B, der... der kommen will, ist tot. Ja. Genau. Am besten noch so, äh, mit dem integrierten Amboss, der runterfällt. Ne, ne, das ist viel asozialer. Also, das tötet mit Lava. Mhm. Ich hab mir da extra Zeit genommen, mal irgendwas... irgendwas asoziales zu machen. Äh, ist das Wasser noch an? Ah, ich bin noch vermogen. Ich hab schon gedacht, äh, wo kommt der Schaden hier? Ich mach's Wasser mal weg, okay? Ja, ja, mach das. Einmal lege ich in die Bullshit-Kiste. Hast du grad essen gek... Das ist wirklich ne fucking einfache Variante. Ja, wenn du willst, dann kleben wir dann Pisten hin. Aber willst du das einfach machen mit nem, mit nem Liefer? Ähm, ja, wenn ich alle Materialien zusammenkriege. Guck in den Küsten. Ähm, man brauchte... Zeug. Also, man brauchte Eisen und Cleanstone, oder? Äh, für einen Pisten. Mhm. Ähm... Also, das sind die zwei... Und, ich glaub, Redstone auch. Ähm, Redstone-Punkt, äh, unten. Eisen in der Mitte. Zwei... äh, zweimal, ähm, den... Dings, den normalen Stein. Alter, wir haben keinen normalen Stein, ne? Also, ein Eis... Ja, wir haben keinen Cobblestone mehr. Wie viel Eisen? Vier, oder? Ja, wir haben keinen Cobblestone mehr. War das wirklich Cobblestone? Ja, es ist Cobblestone. Doch, wir haben doch hier noch Cobblestone, aber keinen Stack eben mehr. Ja, es war genau ein Eisen, oder? Ich werd schon irgendwie zusammenkriegen. Alter, wär Kalle noch irgendwie so... Ist nochmal zehn Minuten mehr geblieben, oder so, hätte er nochmal angesagt... Dann wär ich echt irgendwann zu denen gegangen, hätt die Kisten am Arsch gemacht... Und wär wieder zurückgelaufen. Wie jetzt? Also, hätt die Kisten einfach am Arsch gemacht. Oder abgebaut, die Kisten. Weil, weil... Anders kannst du ja... Kannst du ja momentan nicht grieven. Du kannst ja nicht, äh... Man kann ja kein Zeug mehr legen. Ja, stimmt. Stimmt, stimmt, stimmt. Ja, ja. Okay, dann baue ich kurz den hier. So. Na, komm. Nehme ich einfach Kies für. Ist ja nicht wichtig. Das Ästhetische kommt irgendwann anders. So. Dann... Äh... Sag ja nicht. Ähm... Was soll ich nicht sagen? Ähm... Ich feile gerade dabei, wie man einen Pisten baut. Ja. Ich brauch genau ein Kobbelstön mehr. Ich hab noch hier. Wenn du willst. Ähm... Komm her. Richtung Hühnerstall liegt einer. Ich glaub, es ist bestimmt nicht noch bis da hoch. Das ist direkt nebendran. Nein. So auch nicht. Hm. Ich hab keinen Bock, äh... Kobbelstön zu nehmen. Ich hab eiskalt Kies genommen. Ach sche... Ah, ich bin blöd. Ja, toll. Kann ich erstmal wieder alles abbauen? Wunderbar. Ja, gut. Ah. Ich bin mal wieder riesig. Richtig intelligent gewesen. Ach, sag das mal mir. Wegen was? Wegen was? Was bei dir versieht? Ähm... Mechanisms... Ich schau jetzt... In meiner App nach. Wie man einen Pisten craftet. Ich bin doch so ein geniales Kerner Typ. Oh Alter, ich hab's dir doch gesagt grad eben. Nein! Doch! Gut, du hast mir vielleicht gesagt, aber wie geht es jetzt? Du machst nen Redstone in die Mitte. Ach Holz! Ja und... Ich wollt alles mit Steinen machen! Ich bin so voll der kluge Junge, yo! Ja, hab ich auch grad gemerkt. Gut, Holz. Passt. Ah, jetzt heißt es auch wieder im Kopf drin, also... So, dann... So, und... Fertig! Ich hab nen Pisten! Wupp, wupp, wupp! Und ich muss eigentlich voll dringend mal aufs Klo, aber ich werd jetzt nicht gehen! Ich werd erst noch dieses eine schaffen machen, dann geh ich! Okay! Und dann hab ich einen Erfolg geschafft! Dann kann ich offiziell... Offiziell sterben gehen! Ich muss jetzt nur noch testen, ob der Spawn läuft! Alter, wir fehlen! Genau! Oh, das ist ein Scherz! Ja komm, das kann ich nehmen! Äh, die brauch ich nicht! Nein! Scheiß Pisten! So, Hühner-Spawner ist wieder aufgebaut! Uh! Das einzige Problem ist, dass halt noch keine Hühner drin sind! Mhm! Und, äh, Wasser fehlt! Haben wir... Wie viel Wasser einmal haben wir hier? Oh, wollen wir da echt nen... Cobblestone drunter klatschen oder was? Ich hab ein Wasser hier! Haben wir kein Wasser mehr da? So, funktioniert der Scheiß jetzt, wie ich es jetzt geplant hab, oder...? Ja, passt! Du kannst Wasser einsetzen! Wir haben kein Wasser mehr hier, ne? Äh, wolltest du nur runtergehen? Erfolg! Wolltest du runtergehen? Nein! Okay, weil wir brauchen ein Wasser noch, damit wir es vermehren können! So, jetzt können wir es richtig schön fies sein und so machen! Cooler Redstone, hier! Äh, ah ja, warte mal, da fehlt noch was! Ich hab bei den Tränken was vergessen! Ähm, ah ja, ich geh gleich zu den anderen rüber! Ähm, ich geh einfach ganz normal rüber, mit Rüstung, äh, ohne Rüstung und alles! Einfach mal gucken! Ja, mach das! Ich mein, die haben kein Recht mich einfach so zu töten! Äh, du kennst sie! Den ist das scheißegal! Ja, ich werd's, ich werd's ankündigt! Ich werd sagen, ja, ich komm mal zu euch rüber! Äh, ach so, du gehst jetzt einfach so rüber, ohne Unsichtbarkeitsdrängen, ohne irgendwas! Ohne, ohne alles! Einfach einfach rüber! Okay! Die haben sich die Unsichtbarkeitsteile geholt! Was? Die sie noch gar nicht haben könnten! Nee! Er hat noch Trank des Unsichtbarkeits gemacht! Ja, die haben die noch gar nicht! Ähm, ich hab nämlich alle Spawner kaputt gemacht! So! Und die haben, die haben halt eiskalt hier, ähm, Neverwarzen von dir genommen! Die sie noch nicht haben, weil ich auch alle genommen hab! Ähm, also werd ich ja alles abbauen dürfen! Ich hatte keine Netterwarzen! Nee, hatte gar keine! Also, die haben jetzt alles von uns genommen! Also, die sind so, äh, wir farmen nicht! Wir killen euch lieber! Ja, ja! Wenn ihr Tränke habt! Warte mal, ich schreib's mal rein! Ist halt einfach mal so! Ja! Ja, weil... Wir hatten 3! Und plötzlich ist einer weg! Und ich hab den nicht! Du hast ihn nicht! Ich muss sagen, es ist voll ungewohnt mit dem anderen Skin zu spielen! Ich bin immer überlegen, ob ich meinen alten wiederhole! Aber nein! Ich werd vielleicht den hier einfach ein bisschen verändern! Weil der hat mir einfach... Den hab ich selbst zusammengebastelt! Das eine, was ich immer gemacht habe, ist... Grundsampling... Gesicht, Haare drüber! Ja! Äh... Und dann noch, äh... Bisschen bemalt! Äh, nee! Heißt es nicht, weil eine Witch kann zwar Tränke verlieren, aber die sind so selten! Nee, die sind einfach... Das sind keine guten Tränke, die sie lassen, die sie fallen... Das sind... Wenn du Glück hast, ist es überhaupt ein Trank! Ein Eiltrank! Ähm... Ja, nee, wenn du Glück hast, ist es überhaupt irgendein Trank! Wenn du Pech hast, ist es einfach nur eine Glasflasche! Das ist zu... Im meisten Fällen so! Weißt du... Weißt du... Die meckern dauernd rum, ja und du bist geklaut und sowas! Wette ich mit dir! Wette ich mit dir! Ich wette jetzt mit dir, dass Blacky jetzt gleich voll angehen muss! Ja... Äh... Ich sag doch, Blacky muss ja wieder so... Wir haben keinen Stein mehr, ne? Äh... Ich hab noch zwei Bruchsteine! Hm... Ja, bringt nicht viel! Ähm... Wir könnten ein... 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 Ähm... So, ich... Äh... Hab keine Level, dann werde ich jetzt kurz noch was testen! Du musst mich wieder hochlassen, wenn es dann passiert ist, ne? Jaja... Lass ich gerade... Ich lass gerade offen! Weil ich will jetzt einfach mal testen... Lass einfach offen! Ich will nicht jetzt testen, ob ich auch wieder hier oben spawne! Ich kann dich auch töten wenn du willst, ne? Und zwar in diesem Bett! Nein, weil dann sieht's wieder doof aus! Autsch! So dann... Geronimo! Alter, dein Zeug! Schon gesichert gehabt! Du hast noch... Fast! Oh! Ähm... Warte, warte! Nimm einen Eimer mit! Bring Wasser mit! Ich werf den Eimer mit runter! Eimer ist unten! Ähm... Bullshit! Immer noch die Treppen da! Äh... Boah wie? Was für ne Range haben die Spasten bitte! Meinst du? Also die Zombies! Ne hohe halt! Boah, ich hab immer noch nicht das gemacht, weil ich seit vorhin machen will! Schadenstränke! Krass! Äh... Ich hab noch Rüstung an! Die hol ich mir lieber mal schnell! Ja, wär nicht schlecht, wa? Und den Stein und den Dreck und das... Und die... 26... Red Storm! Wär auch nicht schlecht, ne? Vor allem... Die haben ja einfach überall die Eimer hingesetzt mit dem Wasser hinterher und einfach... Das war's dann! Ich glaub ich geh auch mal hin zu denen und plante irgendwie einfach Erde oder sowas! Bau Penisse! Darfst du auch! Aber wenn schon ordentliche... Ne, wir machen einfach gar nicht! Weißt du, wir bauen uns einfach unseren Shit hier weiter! Wir brauchen uns hier nicht hier weiter! Oder das! So, ich komm mal hoch mit Wasser wieder! Wasser? Ja, ich hab mir ein Wasser geholt und mein Zeug wieder! Okay, dann können wir oben nämlich Wasser vermehren! Und äh... Lava's bauen! Dann machen wir den unendlichen Wasser... Dings! Ja, ich... Äh... Klatsch einfach ein... Äh... Machen... Blacky ist weg! Ne, der ist da! Blacky ist anscheinend... Er ist aber nicht im TS drin! Nicht? Ja, der ist halt kurz rausgegangen! Und ich find's lustig, dass der Drago in der Aufnahme dabei ist! Ja, wundert... Er wundert mich darum, warum der bei denen ist! Ja... Hast du zugemacht? Nein! Gut, dann hab ich zugemacht! Passt! Ne? Best Idee ever! Man sollte hier aber echt noch so was hin machen, dass sozusagen... Wenn der an ist, irgendwo ein Redstone-Signal an ist, dass man sieht... Aha, das ist sozusagen zu! Ach, du hast die Unsichtbarkeitstränke schon reingemacht! Ich wundere mich, was... Wo... Wo sind die? Hab ich mich die ganze Zeit gefragt! So, wie ging das nochmal? Spinnenauge... Danach... Ähm...